herum dies ja lässt sich genau zwar machen wir einfach weiter genau bestätigen und zwar habe ich bin noch mal zurückgegangen zur zu unserer die fliege nervt ja ich bin zurückgegangen zu unserer ok so zieht es damals cool zu unserer festung beziehungsweise zu unserer siedlung ja das was ihr hört ist gerade nebenbei ein getränkt was ich meinen kippen und habe dort ja ich sag mal noch ein bisschen gebaut beziehungsweise aufgeräumt und so eine sache halt gemacht ok dann schauen wir mal was als nächstes jetzt genau wir waren ja ach ja wir waren ja dabei ja wir waren dabei im steinbruch bzw ich muss mal gucken datenkarte red rocket genau hier ist ja dieser dickicht ausgrabung nein markierung platzieren nicht wir wissen ja wie wir da hinkommen wir gehen einfach durch gehen hier haben alles klar und wollen wir was sagt überhaupt unser inventar der mit da sagt viel platz alles klar hier ist das schöne mg passt ja genau wir waren auf dem weg ein bisschen schwammig die texturen ein bisschen ist gut gut aber dafür ist es ja ach ein hydrant äh lieb wohl äh hund hey hund warte da ne hund komm schon äh handeln abbrechen bleiben reden wie geht's dir kumpel holen kannst du mir was holen hey junge kannst du was für mich finden mhm gegenstand guck mal ob du hier was findest junge warte danke danke hast du gemacht kommen wir gehen weiter äh ja ich will auf jeden fall leute mit weiterkommen und wir werden uns deswegen ein bisschen beeilen wir wechseln aber die waffe Weil die ist, glaube ich, besser. 37, die hat 18 das Jagdgewehr. Wir nehmen das Jagdgewehr. Hat aber nur 7 Schuss. Ja, ja, gut. Gucken wir mal. Ah, schon ist er außer Atem. Wir gehen einfach... Ja, hier querfällt ein, oder? Was denn? Und? Lalalalalala... Tod. Die hat zwei... Zweiköpfige Kuh, okay. Und wir können... Die Maulbrausrat, okay. Läuft da hin. Nachts ist natürlich immer was anderes als tagsüber, ne? Da ist irgendwas. Da gehen wir aber nicht rein. Wir gehen jetzt nämlich strikt Richtung dieser, äh, unserer Markierung. Und zwar sollten wir irgendwelche Siedler, ne? Waren der Siedler? Wir sollten irgendwelche Siedler holen. Antreffen. Dogmeet, Mensch. Hundi! Hundi, komm. Da, genau, da ist die... Da ist der Steinbruch und... Hier gehen wir jetzt rein. Und wir sollten ja hier, ähm... Äh... Oh, oh. Äh, was ist denn hier los? Fallen wir hier? Wir fallen hier, ne? Ach hei, was ist denn hier mal los? Warum laden denn hier die Texturen nicht? Huch. Beziehungsweise, warum sieht diese komisch? Ähm. Ich hoffe, das haben wir gleich. Ich speichere hier mal. Schnell speichern. Und dann lade ich einfach mal, äh... Ich lade einfach nochmal ein... Irgendwas kann eigentlich sein. Hallo. Okay. Das ist natürlich schlecht, ne? Warum ist denn das so? Oh, shit, ey. Okay. Dann müssen wir versuchen, das halt so jetzt zu lösen. Kleidung, Hilfsmittel, Hilfsmittel. Wir brauchen nämlich, äh... Red Eggs. Damit haben wir nämlich hier eine Konten... Das ist Tent. Und dann müssen wir... ...hier irgendwo rein. Und wo war das jetzt? Wo war die Stelle hier unten, ne? Oder? Hier ist die Blubberstelle und hier unten ist nämlich das Rad. So, wir haben die drei gelöst. Ich muss nach oben. Und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Was ist denn hier jetzt? Okay, das ist die Textur, die so komisch sind. Und, äh, ich hab keine Ahnung warum. Absoluter Grafikfehler. Ich hoffe, ich muss dadurch nicht das Spiel neu starten. Schön, dass du da drinnen versinkst. Freund, hier. Entschuldigung? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Mach ich. Schalter an der Pumpe, hier. Das war's. Hör genau hin. Ja, und du? Warte mal. Hast du das gehört? What the? Alter, Falter. Hier ist nur noch... ...eine. Bäm, schönen Arm. Nachladen. Okay, das bringt so nichts. Wir brauchen hier was Dickeres. Wir brauchen, ähm... ...Kleidung, Waffe. Wir nehmen die Lasermuskete. Schnell aufladen. Aufladen. Ja, wir können ja jetzt hier nicht runter, ne? Wir können doch nicht in die Grafikfehler rein. Mensch. Hundi, komm her. Oh, okay. Haben wir. Kann ich dich jetzt nochmal ansprechen, Freund? Da. Hau bist du hin. Ja, wo bist du hin? Okay, hier können wir aber... ...ran, ne? Oh, das ist ja ätzend. Du weißt, ein legendärer Gegner ist mutiert? Wie? Ja, 0%. Ja, wie soll ich da auch rankommen? Jetzt? 0%. Na, klasse. Also können wir nur auf gut Glück schießen, ne? Ne, den will ich nicht angreifen. Ich will... Da ist er. Okay, Kopf. Schön aufladen. Nochmal. Und noch... Alles noch, ja. Okay. Äh, hier. Typi. Hi. Meierlachs. Du bist wohl keine Überraschung, wie sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr einzuschließen. Hat er uns jetzt die Kohle gegeben? Danke fürs Anrecken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Ah, okay. Alles klar. Danke. Den Stecker ziehen. Abgeschlossen. Alles klar. Dann können wir uns jetzt weiter auf die Aufgaben konzentrieren. Der erste Schritt. Sprich mit den Siedlern bei... Ja, genau. Das will ich jetzt machen. Okay. Dogmeat, geh voran. Aber jetzt brauchen wir die Laser-Dings nicht mehr. Wir können jetzt wieder die normale Waffe nehmen. Unsere altbeliebte Mokiko. Und gehen jetzt hier einfach mal die Straße entlang. Hier weiter, ja. Ja, das ist aber ein Flitzer hier gerade. Habt ihr das hier sehen? Jetzt haben wir hier ein Auto. Was? Die nehm ich mit. Die Karottenblume, okay. Da brinnt doch Licht. Was ist los mit dir? Ja. Nichts. Seht ihr, wir können ja auch Lichter machen. Schönes Dreirad. Jetzt sind wir hier. Hier ist die Kiste. Mit ein bisschen was. Na klar. Teilung, Hitzhüttel, Diverses. Korweger Lagerschlüssel. Okay. Und was machst du denn? Boah. Ich hasse diese Hunde. Eklig. Was ist das hier? Leuchtener Pilz. Aufbereitetes Wasser auch nicht schlecht. Das sieht aus, als wenn hier jemand begraben wurde. Kaputte Lampe nehmen wir immer mit. Ist ja sonst noch irgendwie was. Nö, ne? Die Kiste haben wir durchsucht. Das haben wir auch gehört. Hier in den Küchern vielleicht. Ne. Kronkorkenvorrat, okay. 1535 Kronkorken, nur immerhin. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Den geben wir jetzt mal in Headshot. Tja, da guckst du blöd aus. Übersparend. Alter, ein Eiferbeschling. Mach ihn kaputt. Und da kommt schon der nächste. Au, 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 au. Oh, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Hilfsmittel, ähm... Ich hab' gesagt, du sollst sterben. Na super, der ist jetzt auch noch legendär. Wir haben nur eine Chance, und zwar eine dickere Waffe. Eine dickere Waffe. Splittergranate? Dein Arm wurde verkrüppelt, sodass du jetzt schlechter zielen kannst. Benutze ein Stimpick, um dein Körper zu erzeilen. Was ist hier los? Was war denn jetzt mit uns? Warum denn? Wieso denn? Was war denn das? Hässliche 4, guckt euch mal. Schade, dass die nicht so aussehen im Spiel, ne? Bäh, hallo. Ich bin's. Der neue Fernsehmoderator. Oh nö, ey. Was sollte das denn gerade? Was? Moment. Hund, du machst doch gar nichts, weißt du das? Du bist so richtig nutzlos. So, dann knack' wir jetzt hier das Schloss. Zack. Cool. Yeah, cool. Kronkorkenvorrat. Schmutziges Wasser. Ups. Wie schön. Toll. Terminell von Dickichtausgrabungen. Schlafen wir werden einfach hier übernachten. Bis um 5 Stunden. Ist doch echt. Hm? Was ist hier los? Inventar haben wir keine vernünftige Waffe. Molotow Cocktail, toll. Ein Schuss. Wir haben einen Schuss für dieses Gewehr. Und ich will auch nicht viel mehr. Also nochmal los, aber diesmal spreche ich euch denn vorher ab. Weil ja unser Hund zu nichts in der Lage ist. Wo ist denn hier die Siedlung? Die Siedlung ist... Oh, was brennt? Was leuchtet hier? Ey. Äh... Leiche, Kronkorken, Melone, schmutzige Posten. Ja, nehm mal mit. Ich war da die Hunde, oder? Alter, guck euch das mal hier hinten an. Das war veröffentlicht. Karawanenwache, ey, eine Karawanenwache, das ist gut, glaube ich, oder? Hallo, Freunde. Oh, oh. Äh. Okay, er ist tot. Krass. So, mein kleiner Karawanenfreund, wo müssen wir denn hier jetzt hin? Hier lang, ne? Da oben? Hä, okay. Hilfe! Ach, manchmal hasse ich diesen Job. Wo denn? Wer denn? Oh, oh. Ah, hier so eine Ratte. Nicht unser Problem, habe ich recht. Hund, Dogmeat. Recht habe ich. Aber wir können die Teilchen hier von den ganzen Leuten einnehmen. Wir müssen hier hoch, hier irgendwo, ne? Hier. Oh, immer noch zwei und fünften. Na, komm schon. Hopp. Okay. Da, da ist einer. Mal voll gucken, ob wir irgendwas plündern können, oder? Hey, na? Äh, ganz ruhig locker. Hier, äh, ja. Ach, shit, wie war'n das? Hm. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ja. Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war ne üble Geschichte. Äh, Witzhilfe oder nicht? Äh, Vorhaltungen? Die Minutemen sind wieder da. Wo liegt das Problem? Ist irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Wird ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Ach, komm schon. Ja, und nein? Hi. Ich muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Äh. Daten, 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 Daten. Erstens steht, tötet ihr die Raider? Ne, ah, in die Fertigungsanlage. Wir brauchen diesen Lagerschlüssel. Ja, äh, schnell speichern ist gut. Wir brauchen den Lagerschlüssel. Wir sollen hier runter. Da ist hier irgendwo, war auch irgendwo, ja, die Blumen brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Ach, komm, wir nehmen sie mit. Und die? Wo war der Schlüssel? Hier ist die Senke mit den Schienen, ne? Wo war der Schlüssel? Kommen wir vielleicht ran, an die Karte. Äh, lokale Karte, R. Ja, da sieht man natürlich sehr viel. Hm. Das ist die Senke, okay. Boah, wie krass. Das blendet, ja. Ich will den Lagerschlüssel haben. Denn wir brauchen den mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wo der war. Korrigan, die hinten beim Schild waren wir gar nicht, oder? Waren wir so weit hinten? Ah, ey, dass dieser Mistköter da mich getötet hat. Das verkraftet mein armer Ego nicht. Was hier? Oh, nö, hier ist aber Coca-Cola, Kaffeekanne. Ruhig bleiben. Gibt's ja auch nicht viel, ne? Oh, doch hier. Hundefutter in der Dose, oder was? Hilfsmittel. Hundefutter in der Dose. Ih, jetzt habe ich Hundefutter gegessen. Zuckerbombe. Oh, Schreibtisch. Da, da ist es doch. Okay, hier war der, ne? War er nicht. Was, 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 was? Wow, wow, wow. Ganz ruhig, Brauna. Shit. Ja, mach. Hallo, ich möchte gerne. Junge, mach doch nicht sowas. Ja, wilde Alpha-Mischling. Oh, Hundi. Kann ich dir helfen? Ich weiß doch, dass hier gleich dieser Hässliche noch kommt. Wo steckt der? Ihr wisst, wer ich nicht meine, ne? Der mich getötet hat, dieser Riesenhund. Hä, aber wo ist denn? Hier war doch der Lagerschlüssel irgendwo drin. Oh, nee, ey, bitte. Bitte. Ich fliege dich an. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Kronkochen, oder? Och, nö, ey. Jetzt sind wir hier umsonst zergelaufen, um diesen Schlüssel zu kriegen, und haben den trotzdem nicht. Hund, Dogmeat, hier. Hey. Warte da. Position halten. Nein, du sollst... Oh, Mann, komm doch mal. Komm schon. Wie geht's dir, Kumpel? Kannst du was für mich holen? Kannst du was für mich finden? Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Alles muss man alleine machen. Oh, nein, ey. Dieser Schlüssel, ne? Der Schlüssel, der... Na gut. Dann gehen wir jetzt zu der Tür hier. Beziehungsweise machen wir jetzt das Lager fertig. Dogmeat, sei artig. Ich denke mal, dass irgendjemand kommt. Was? Da rollen ihre Einfallstücke runter. Naja. 15 Schuss haben wir jetzt. Gesamt noch. Und? Hey. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's dir, Kumpel? Kannst du jetzt was holen? Kannst du was für mich finden? Irgendwann muss doch hier... Irgendwann muss so ein Schlüssel sein. Hm. Also wirklich brauchbar ist der Hund ja nicht. Hm. 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 Zack. Wart, wart, wart. Okay. Okay. Wir müssen da lang. Das ist der Stein... Ach, da ist der Steinbruch, okay. Zack. Und hier weiter runter. Was? Komm her, du Hirsch. Ach, Mistvieh. Hund. 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 Jetzt hat uns der Hund auch noch verlassen. Boah, was bist denn du? Nee. Dein Bein wurde verkrüppelt, sodass du... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hund, ich brauch Hilfe. Äh, kann ich das hier irgendwie direkt machen? Ich müsste dann mal hier weg. Okay. Okay. Halt, 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 nichts ist, ey, hallo? Hallo, Freunde? Äh, aua. Komm schon. Irgendwie bringt das nicht so viel. Oh, oh, 30, die doppelte hat mehr, ne? Keine AP-Punkte. Was guckst du nur so, blöde? Ich habe gewährt, Emotion, Einschuss, aber nein, alter. Wo ist der überhaupt Dogmeat? Dogmeat, wo bist du? Brauchst du den gleichen Kopf verlieren, Freund. Ja, ey, da streuen hast du rum. Ne, du bist ja eine Pfeife. So. Wir brauchen ein Stimpack. Red Axe, Red Axe hat hier die Zeit. Wir brauchen aber Red Away, haben wir nicht. Also, nehmen wir ein Stimpack. Na, Hundi? Oh, Mann, ey. Warte mal, was war das gerade? Diverses? Ach, den Lagerschlüssel haben wir, cool. Äh, Mods, ne? Munition, Mods. Jakob, der Standardmagazin, Standardgriff. Da war doch gerade irgendwas mit Laser, oder? Ach, Lederrüstung. Linker Arm, schmutziger Postbotenuniform, okay. Waffen. Mit Leuchtvisier, Impro-Pistole. Äh, was mit... Achso. Aber davon haben wir genug Schuss, okay. Weiter in diese Richtung. Oh, Mann, ey. Hund. Komm. Aber wie ist der Hund heute verwirrt? Hallo? Ach, das war mal eine Telefonzelle. Die Tür ist hier. Okay, ich sehe noch keinen. Du etwa, Hundi? Starlight Drive-In, ja. Nein! Oh, nein. Oh, nein. Wir haben gespeichert. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich vergesse immer dieses Speichern, ne? Hm, Mann. Ich hoffe vorher. Ich hoffe, der hat automatisch... Okay, hier hinten haben wir gespeichert. Gib mir deine Sachen. Gib mir die Sachen. Gib mir deine Sachen. Gib mir deine Sachen. Gib mir deine Sachen. Ich slime-Gabe. Ich queue. Um 8 Uhr schlussend doms zu Hause. Aber wir brauchen... Pro Pistole... 10 Millimeter. Müsst eigentlich die hier nehmen oder das Gewehr... Nehmen wir das Gewehr. ReU rate 55 und... ... Hat auch 55 Okay, wir wissen, dass da eine Mine ist Also werden wir Davor gleich mal speichern Hast du was fallen lassen? Hat er nicht So, wir speichern hier Schnell speichern So Oh, wo ist hier die verdammte Mine? Hä, wo ist sie denn hier? Nein Was? Wo, 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 wo? Alter So, jetzt bleib mal ganz locker hier, Freundchen Ah, shit, ey Hundi Chill mal deine Base, Hund So So, und wo ist jetzt hier die verdammte Mine? Ja So 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 Ach, das Ding da. Ich entschärfe das Ding? Was machst du? Jagst sie in die Luft. Okay. Geh mal rein. Hey, Hund. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Gegenstand? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Schnell speichern. Nuke Sherry. Kartoffelchips. Kräuter Bugelbräu nicht. Lecker Kuchen, Aluminiumdose, Aluminiumdose. Ach, wir nehmen mal für den ganzen Schrott mit. Lass mich mal hier vorbei. Okay, der hatte seine besten Tage hinter sich. Messing-Laterne, alles klar. Ach, Matratze, okay. Koffer, Melone, Schrank ist leer. Okay. Hier kann man die Zigarette. Klar kann man die mitnehmen. Okay, ach so, ah, okay, cool. Hier war der Typ, ähm, der Film-Mensch, der hier die Filme macht. Hier oben was. Blechdose, Bierflasche, Aluminium, nehm mal mit. Hier ist wieder nichts, ne? Na, wie mir gedacht. Ist ja blöd. Oh, hier ist ein Stück Malwurfsratte. So. Wo ist denn hier eigentlich unser Ziel, wo wir hin müssen? Ach, da hinten erst. Das war nicht beabsichtigt, das war nicht beabsichtigt, Freunde. Alles klar, weiter. Komm, wir gehen. Das sieht aus wie eine Riesenanlage, wie so eine Förderanlage, wie so eine Ölförderanlage, irgendwie. Oh, hier wollen wir eine Kreuzung. Dann ging es wohl hier rüber. Was ist hier los? Wird es zischt hier rum? Hier runter. Ja, 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 ja. Ja, speichern wir mal. Das ist ein Parkdeck, oder? Level-Up sucht ihr einen neuen Skillpunkt. Ey, cool. Ich habe ein Level-Up. Okay. So, ich möchte jetzt hierbei einen haben, ne? Wie mache ich denn das dann? Bestimmt, wenn ich die alle voll habe, oder was? Dann nehmen wir einfach, für Wirklichkeit Glück. Nehmen wir Stärke. Ah, nehm. Entdeckt Lexington. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Okay. Hey. Hallo. Warte da. Hallo. Ey. Und jetzt? Wie geht's dir, Kumpel? Holen. Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Gegner. Böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Hat nichts gefunden. Schön. Also ist kein Feind in der Nähe. Oder? Fock, ich Geld nehme mal. Ja, aber nicht zum Plündern. Aber hier könnte vielleicht was sein. Natürlich geht's nach unten. Natürlich geht's nach unten. Okay. Im Keller. Und wir haben auch bald wieder eine Stunde gespielt. Und noch nicht viel erreicht. Und, bis hier? Okay, sind jetzt mal der Keller. Gucken wir mal, ob irgendwo eine Mine rumliegt. Tja, es tut mir leid, dass du jetzt hier rumliegst. Boss Bugle. Kochplatte. Aluminium könnte man mitnehmen. Ah, hier die Dosen einfach. Ach, wir nehmen einfach alles mit. Ich glaube, das kann man alles verschrotten. Metall-Eimer, immer her damit. Abraxo nehmen wir mit. Hier unten ist doch was. Schmutziges Wasser. Hm, eine Schüssel. Wollen wir Kuchen backen? Alu-Dosen, hier sind doch Alu-Dosen. Hier, gib mir die. Sonst habe ich hier nichts übersehen, oder? Gut, gehen wir wieder hoch. Ah, Freunde, ich sag euch das. Ich sag euch das. Ah. Hm. Wir sollten vielleicht dieses improvisierte Gewehr hier verbessern. Süßkuchen. Blechdose, Kaffeekanne. Kochplatte. Hm, auch nichts von wert, ne? Luka-Cola, Luka-Cola. Ah, sonst ist hier nur Mist. Gehen wir ein nach oben. Okay. Ja, kommen wir natürlich nicht hoch. Macht aber nichts. Dann gehen wir einfach wieder raus. Dogmeat. Aufgepasst. Folgen. Komm schon. Vorkriegsgeld. Hat hat er etwas gefunden. Wo? 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 Wo denn? Das hast du gut gemacht. Hast du fein gemacht. Feines Hundi. Das hätte ich aber auch selbst gefunden, ne? Das ist hier schon klar. Dann sind wir ins Tafelmesser. Nichts, nichts. Komm, geh raus jetzt. Lass mich vorweilen. Ich habe vergessen zu speichern. Und hab jetzt gespeichert. Okay, wenn hier ein wilder Guthut ist. Aufgepasst. Dann. Hallöchen. Uaaah. Shit, 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 shit. Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Das wird doch nichts. Oh, ich hasse es. Arrrrg. Oh Gott. Wir leben noch. Okay. So einfach geht das. Was gibt es hier jetzt? Aufbereitetes Wasser, das ist sehr gut. Splittergarnate Molotow. Das war's. Vier Schuss noch. Vier verdammte Schuss. Da müssen wir unsere Pistole nehmen, ne? Spitzer Truck. Da ist ein Terminal. Und da geht's rein. Oder raus. Ich mach den, wie man's nimmt. Ich hab so die Befürchtung. Dass wir damit das Ding steuern können. Passwort erforderlich. Ja, mach. Tail hat zwei. So könnte es. T-A-L-E. T-A-L-E. Könnte auch same sein. Das nicht. Das könnte es sein. Okay. Es ist also A und E. A und E. Bin durch. Sehr gut. Protektorensteuerung. Standard-Lizentfallzeit ist auszuschließen für Techniker. Der Robco-Lizenz vorgesehen. Ach so, mit Robco-Lizenz. Bitte auswählen. Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen. U-Bahn-Begleitung. Rechtsvollzug. Feuerwehr. Erste Hilfe. Konstruktion. U-Bahn-Begleitung. Persönlichkeit zurückgesetzt. Okay. Status Einheiten laden. Ich bin verbunden mit diesem Terminal. Zugriff auf Kapsel Einheit wird in die ZD zugewiesen. Subproteen werden geladen. Bitte verweisen Sie. Nernier. Steilkater. Wer ist ausschließlich für Techniker? Ja. Aktivierung Protektron zu Diensten. Hallo Bürger. Bitte zeigen Sie Ihre U-Bahn-Marke vor. Kriminelles Verhalten bestätigt. Marke nicht gebrochen. Äh. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ich wollte mich doch alle hier verkohlen. Ich hasse es. Terbere. Eins, zwei. So. Wir gehen jetzt. Komm Hundi. Wir gehen einfach. Hätte ich eine U-Bahn-Marke gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Schaden genommen, oder? Okay. Ähm. Karte Lexington gibt's hier lokale Karte. Lokale Karte war R. Okay, das Gebiet scheint größer zu sein. Alles klar. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Was ist los, Hund? So, wir wollen, wir wollen speichern. Wir wollen hier 90 Meter in die Richtung. Okay. Das sieht mir hier alles sehr nach Falle aus, irgendwie. Oh mein Gott. Hier können wir lang. Können wir uns hier irgendwo anschleichen vielleicht? Da ist die Korvega-Anlage. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Stopp. Warte, 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 warte. Was? Okay, Freunde. Speichern. Das ist doch scheiße. Dogmeat hat etwas gefunden. Wo? Wo? Wo denn? Die schießen doch hier auf die Ghouls, oder? Kurze Waffenänderung. Splitter-Sanate, Molotow-Kreuz, Impro 18, 13. Schrot, Feuer. Wie viel Schuss haben wir davon? Boah, wir haben wieder 24, sehr gut. Aber wir nehmen die Impro, weil, ähm... Sehr gern mit 3, das ist schlecht. Laser, Moskete, Leuchten mit Impro... Ne, Leuchte wird abgesch... Drei Schuss haben wir davon. Drei Schuss haben wir davon. Okay, wir müssen da anders ran. Aber, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ne, ne? Denn... Es ist jetzt schon... Ja, eine ganze Weile rum. Neuer Spielstand. Speichern. Und in diesem Sinne würde ich einfach erstmal sagen... Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss! Bis zum nächsten Mal, dass ihr habt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal, dass ihr euch jetzt auch noch mal dando! Vielen Dank.